Der Montag ist trübe, kalt und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 6 Grad. In der Nacht auf Dienstag liegen die Werte um 1 Grad, dabei kann leichter Regen fallen. Der Dienstag ist ein kleines bisschen milder und freundlicher, am Mittwoch dann den ganzen Tag Schneefall bis ins Tal. Zeitweise kann dieser auch in Regen übergehen, die Temperaturen dabei 2 bis 3 Grad. Und am Donnerstag ist es milder, dafür fällt aber Regen, der zeitweise auch etwas kräftiger ausfallen kann.